Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Discord-Bots. Ein kleines weiteres Video, vielen Dank an meinen Informanten auf Discord und zwar hat der mir gezeigt, dass es hier sowas wie einen Embed-Visualizer gibt. Das ist dieses tolle Ding hier, das ist quasi eine Webseite, die ich natürlich hier verlinke und nein, ist nicht gesponsert, die ist komplett gratis. Und zwar kann man damit Discord-Embeds machen. Discord-Embeds sind das, was ihr auf der rechten Seite hier seht. Das heißt, ihr habt hier direkt einfach den Autorname und so weiter und an der Seite ist dieser wunderbare Streifen hier. Das ist relativ nützlich, weil man sieht halt einfach sofort, dass es ein Bot ist. Das ist so für Infofelder, wir benutzen das auch auf dem Morpheus-Discord, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und zwar der Infobot, der macht das auch so. Der hat da quasi sein eigenes Logo und dann hat er da seinen Namen stehen und dann steht hier eben all das, was hier eben rein muss. Und ihr könnt in diesem Visualizer jetzt das ganze Ding so editieren, wie ihr das hier haben wollt. Das heißt, ihr könnt hier quasi sagen, ihr wollt eine normale Nachricht haben, das ist das Ding hier oben. Oder aber ihr fangt mit einem Embed an und das, also wenn ihr quasi Content sagt, dann wird das normal gemacht. Während wenn ihr ein Embed vorne dran hängt, dann wird das so als Embed gemacht mit diesem kleinen grünen Strich vorne dran, damit jeder gleich sieht, dass es ein Bot ist. Und dann könnt ihr hier eben den Titel ändern, das heißt, hier könnt ihr einfach quasi eintragen, was ihr haben wollt. Das Ganze wird auch mit Markdown unterstützt, aber das wisst ihr ja generell, Discord unterstützt ja überall Markdown. Das heißt, wenn ihr Bodenstrich, Bodenstrich macht, dann ist das eben unterstrichen, wenn ihr Stern, Stern macht und danach wieder Stern, Stern zum macht, dann ist das natürlich wieder hier Fett. Und einmal Stern ist kursiv gedruckt und diese Tilden hier, die machen eben einen durchgestrichenen Textpart sozusagen. Das heißt, all das ist quasi automatisch dabei. Was aber jetzt hier eben neu ist, ist dieses Embed. Das heißt, ihr könnt hier eben einige Attribute setzen, wie zum Beispiel eben den Titel. Das ist das, was hier oben in diesem blauen Ding da steht, das Ding hier. Dann die normale Beschreibung, das ist das hier. Dann habt ihr eine URL, auf die verwiesen wird, wenn man hier oben drauf klickt. Das ist das hier. Das könnt ihr alles da reinpacken. Dann könnt ihr eine Farbe wählen und das ist ziemlich intuitiv gemacht hier mit dem Color Picker, den man hier unten aufmachen kann. Dann könnt ihr quasi auswählen, welche Farbe ihr haben wollt und könnt die dann noch so leicht manipulieren. Und ihr seht direkt die Vorschau und es ändert sich auch direkt hier in Discord, beziehungsweise in dem Fenster hier drüben, was eigentlich ziemlich praktisch ist, muss ich sagen. Gut, dann habt ihr eine Timestamp. Gut, die braucht man jetzt nicht zwingend. Den Footer, das ist dieser kleine Bereich hier unten. Da wird dann auch die Zeit angegeben. Das heißt, wir haben hier den Footer-Text und hier hinten dran haben wir dann einen senkrechten Strich. Und dann haben wir das Datum, wann das Ganze gepostet wurde. Das ist, also ja, das kann man durchaus machen, wenn man das möchte. Und was ihr auch machen könnt, ist dieses Icon hier vorne. Da könnt ihr quasi ein Bild wählen, was ihr wollt. Das Avatar-Null-Bild hier, ich wechsle mal ganz kurz dazu, ist das folgende Bild. Das hier, das Standard-Discord-Bild. Aber ihr könnt da natürlich auch alle möglichen weiteren Icons setzen. Die werden mir hier jetzt nur gerade nicht richtig angezeigt. In Discord werden sie richtig angezeigt. Und so weiter und so fort. Und dann habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze über Thumbnail noch zu ändern, Image zu ändern, Autor zu ändern. Das ist das hier oben. Auch da kann man drauf verlinken. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die einzelnen Felder zu ändern. Und das sind dann diese Dinger hier. Das heißt, ihr könnt hier quasi einzelne Felder einbauen und so weiter und so fort. Das ist super praktisch. Und es ist vor allem einfach sprachunabhängig. Ja, das ist ganz normales JSON-Format, was man hier editieren kann. Und anschließend, wenn man soweit ist, kann man hier auf Generate Code klicken. Und dann bekommt man genau das, was man eben haben möchte. Also ihr könnt, wenn ihr das zum Beispiel in C-Sharp schreibt, dann ist das halt ein bisschen mehr Code, okay. Aber ihr könnt das Ganze eben auch in Discord.py schreiben. Und dann bekommt ihr hier im Endeffekt genau das, was ihr auf der linken Seite hier geschrieben habt. Und das ist dann im Endeffekt genau dieser Code, den ihr hier einfügen müsst. Ja, das ist ein bisschen viel. Aber das kann man tatsächlich alles so kopieren. Und ihr könnt das dann quasi eins zu eins in euren Code reinkopieren. Und dann funktioniert das auch meistens direkt. Es kann selten mal vorkommen, dass da was geändert werden muss, wie man hier oben lesen kann. Aber ich habe das tatsächlich noch nie gehabt, dass man da was lesen muss. Natürlich müsst ihr hier so Sachen wie IDs oder sowas verändern. Ja, das ist klar. Aber im Endeffekt ist das der Code, mit dem ihr euer Embed dann auch manipulieren könnt. Und ihr könnt das natürlich dann auch in Python editieren, wenn ihr das wollt. Ich fand das relativ nützlich, muss ich sagen. Und besser, als wenn ich jetzt euch Embeds so erkläre. Denn so schwer sind die Dinger nicht. Man hat eben diese paar Möglichkeiten, die man hier auch sieht. Das sind tatsächlich, soweit ich weiß, alle Möglichkeiten. Und kann die dann hier eben sehen. Und ja, kann sie natürlich auch manipulieren und direkt dann einfach nutzen. Wunderbar. Das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt nicht ganz so viel mit Coden war, sondern eher mit Inhalt. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.